Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kunstmuseum Ahrenshoop Im Januar 2022 brannte in Ahrenshoop das frühere Wohnhaus der 1948 verstorbenen Künstlerin Gertrud Klein-Hempel ab. Aus aktuellem Anlass zeigt das Kunstmuseum Ahrenshoop im Foyer 36 Werke der Pionierin des modernen Kunsthandwerks. Lange vor dem Bauhaus entwarf die Künstlerin um 1900 in Dresden schlichte Möbel und komplette Inneneinrichtungen für die damals innovativen Dresdner Werkstätten. Später wurde Klein-Hempel als Professorin nach Bielefeld an die dortige Handwerker- und Kunstgewerbeschule berufen. Dort wirkte sie vor allem im textilen Bereich sowie im Modedesign. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Vielfalt und Qualität ihres Schaffens. Die Werke kommen aus dem Kunstgewerbemuseum Dresden. Dieses verfügt über einen Fundus von fast 3000 Werken Gertrud Klein-Hempels. Die Ausstellung wurde als Gemeinschaftsinitiative beider Museen kurzfristig auf den Weg gebracht, um an die Künstlerin, die in Ahrenshoop bis heute nahezu unsichtbar blieb, zu erinnern.